Hallo ihr Brettkarten und Tabletop-Spieler, mein Name ist Marcel, ihr kennt mich als Herrn der Spiele und heute stelle ich euch endlich nie dieben Hexes vor, das Strategiespiel für zwei Spieler, also ein Head-to-Head-skirmischer Strategiespiel und es war, wenn ihr euch daran erinnert, an meinem Messe-Rückblicks-Video, da habe ich es nämlich mitgenommen von Till 5am, es war Nicks Messe-Highlight. Mir hat es aber auch richtig viel Spaß gemacht, ich habe es jetzt sehr sehr oft und ausführlich gespielt und zwar oft genug, um euch das Ganze vorstellen zu können, wir gucken uns also jetzt das Spielmaterial und den Aufbau an, der, das ist sehr erfreulich, ganz schnell zu machen ist, dann erkläre ich euch kurz die Regeln anhand von ein, zwei Spielrunden und dann sehen wir uns am Ende wieder, wenn ich euch sage, wie es mir gefällt. Denkt bitte auf jeden Fall daran, obwohl es richtig gut aussieht, das ist ein Prototyp, also nicht nur das, die Box, sondern alle Figuren, alles an Material, alle Karten, alles Prototyp, auch wenn es wie gesagt gut aussieht. Das ist also das Spiel und ich habe es wirklich eigentlich noch nie so gemacht, dass ich mal alle Materialien fokussiert in der Mitte des Tisches und vor allem auf der Spielmatte platziert habe, einfach weil ich euch zeigen will, wie komprimiert, schnell, logisch und einfach das Ganze aufzubauen ist. Also wirklich mega kompakt, out of the box, ihr werdet sehen, das ist unfassbar leicht. Wir haben eine orangene Fraktion, wir haben eine blaue Fraktion. Jede Fraktion, beziehungsweise erstmal würfeln die beiden Spieler aus oder bestimmen wie auch immer, wer der Startspieler ist und dann schauen sie sich ihre Companion-Karten an. Ihr seht, dass jeder Companion hier Startressourcen hat und einen Wert für das Headquarter und er hat hier eine einzigartige Fähigkeit. Darin unterscheiden sich die verschiedenen Companions und es unterscheiden sich auch die blauen von den orangenen Companions. Diese Companions wiederum korrespondieren zu einem Kartenstapel. Das seht ihr, wenn ihr mal hier oben die Symbole vergleicht. Also dieser Skorpion, der tauscht zum Beispiel bei Julie Duke auf oder bei Avericks Jar taucht diese Torpedowante auf, wie auch immer die jetzt heißen. Und wenn ihr euch davon welche auswählt, ihr wählt zwei davon aus, dann nehmt ihr auch die beiden Kartendecks. Die korrespondieren. Die anderen beiden und die Companions kommen raus. Das heißt, hierdurch habt ihr euer Handkartendeck gebildet und dazu kommen nochmal die neutralen Karten. Die werden jetzt gemischt und dann seid ihr auf dieser Ebene schon mal vorbereitet. Euer Gegenüber macht genau das Gleiche. Ja, also der wählt jetzt auch aus, packt die anderen weg aus dem Spiel und nimmt dann die entsprechenden Karten, mischt sie zusammen, tut die anderen beiden raus. Ich hoffe, sie sind nicht mehr in der Kamera drin. Mischt hier durch und dann wäre er an der Stelle vorbereitet. Das allerletzte, was jetzt gemacht wird, ist, wir nehmen jeweils unsere Box und damit wird dann auch das Spieler oder die Spielmatte frei. Und ihr seht, out of the box, in dem Fall hier bei meinem Prototypen ist es so, kommen die Miniaturen. Damit ihr mir gleich auch richtig gut folgen könnt, habe ich euch diesen sehr, sehr guten und vor allem knappen Übersichtssheet und die Miniaturen mal näher herangeholt. Die Basiseinheit ist mit Sicherheit der ACV, also unser Baufahrzeug, was sehr billig ist, sich schnell bewegen kann, kaum kämpfen kann. Aber ein Baufahrzeug kann natürlich bauen und zwar Gebäude. Und unser Core-Gebäude, wahrscheinlich das Wichtigste, ist der Extraktor. Den will das Baufahrzeug in aller Regel neben so viel wie möglich Ressourcenfelder, also hier Kristall, Material und Energie bauen. Denn dann, ihr seht das jetzt tatsächlich leider nicht, dafür ist der Winkel gerade zu klein. Aber gleich seht ihr es natürlich in meinem Durchlauf. Da wollt ihr natürlich so viel wie möglich Energiequellen und Materialquellen ausbeuten. Um diese dann verwenden zu können. Ja und verwenden tun wir sie für ein zweites Gebäude, zum Beispiel die Fabrik. Die Fabrik dient dazu, jegliche Einheiten weiter vor eurer Basis zu bauen. Das ist ja eure Basis, eure Headquarter und da können Fahrzeuge gebaut werden oder eben in einer Fabrik. Sprechen wir über weitere Fahrzeuge. Neben dem ACV haben wir einmal den Panzer, der etwas teurer ist. Der kostet nämlich zwei Punkte, macht dafür aber auch zwei Schaden, bewegt sich noch relativ schnell und den Palooza, also diesen großen Mammutpanzer, der noch langsamer, dafür aber noch viel aggressiver mit drei Kampfpunkten und mit drei Lebenspunkten ist. Das sind alle Fahrzeuge, die es gibt. Fehlt in der Sammlung noch der Turret, also der Turm. Das ist ein in der Regel stationäres Gebäude. Das ist sehr günstig, kostet nämlich nur einen Punkt, macht aber zwei Schadenspunkte, trägt im Kampf sehr viel dazu bei. Das ist die letzte Miniatur, werdet ihr gleich sehen. Das ist dieses Icon, mit dem man gleich das Schlachtfeld definiert und zwar hier, als in dem man das hier auf diese schwarzen, dicken, fetten Linien platziert. Wir gehen sofort weiter zum Spielaufbau und dann geht es auch schon rund. Und die stellen wir uns jetzt hier hin, haben sie zur Verfügung, genau das gleiche. Hier haben wir dann eine Symmetrie von den Figuren bzw. den Fahrzeugen, hat dann der orangene Spieler auch. Na komm, jetzt ist es offen und dann kann das Ganze gleich losgehen. Aber bevor es losgeht und ich zeige euch das Spielgeschehen anhand einem fortgeschrittenen Stand des Spiels, da seht ihr einfach ein bisschen mehr, lasst uns mal einen Blick auf die Spielmatte werfen. Hier haben wir die beiden Hakus und jetzt bringe ich schon mal die Siegbedingung. Schaffe ich es als blauer Spieler, sein HQ zu zerstören, habe ich gewonnen. Wenn ihr aufgepasst habt, seht ihr oder wisst ihr, das HQ beim orangenen Spieler hat sechs Health Points. Das HQ beim blauen Spieler, ja also die Summe der beiden Companion Karten, hat vier Health Points. Das ist also eine Siegbedingung. Hier jeweils seht ihr die verschiedenen Hexes. Hexes, über die wir uns später bewegen mit unseren Fahrzeugen oder auf die wir dann die verschiedenen Gebäude platzieren. Das seht ihr gleich nochmal. Gebäude dürfen wir nur bauen durch und mit den ACVs und dann natürlich benachbart. So, wenn wir schon über die Gebäude reden, diese Extraktoren wollen natürlich neben den Ressourcen gebaut werden. Denn jedes Mal, wenn wir neben den Ressourcen bauen, dann erhöht sich hier unsere Kapazität bei Energie und bei Material. Das sind übrigens die Startressourcen, das heißt hier, ich würde als blauer Spieler mit drei Energie und mit zwei Materialien anfangen. Nachdem ich so einen Extraktor gebaut hätte, würden die Werte um eins steigen. So, ich sagte eben, ich bewege mich über diese Hexes, aber ihr seht, es gibt auch dick und fett diese großen schwarzen Hexes und die haben ja jeweils einen Treffpunkt. Also drei von diesen großen Hexens treffen sich und da kann ich später Schlachtfelder, also Warzones deklarieren mit diesem Marker, der dann dazu führen würde, dass am Ende der Runde meines Gegners, das seht ihr auf jeden Fall gleich, in diesen drei Hexes gekämpft würde. Das war im Prinzip alles hier auf dieser Hauptmatte. Wir haben uns das schon mal angeguckt, also das ist die Energieleiste, das ist die Materialleiste, das ist jeweils das Cap, zu dem wir zu Beginn meiner Spielrunde werden diese Steine hochgefahren. Das heißt Recharge-Phase und dann haben wir noch ein Element und dann können wir auch gleich ins Spiel bringen. Das hier ist das Scrap Yard. Auf das Scrap Yard werden zerstörte Strukturen sowie Fahrzeuge gestellt und wenn das Scrap Yard voll ist, dann haben wir eine weitere Niederlagebedingung oder Siegbedingung, wie man es dreht, nämlich der, der hier mehr Punkte stehen hat auf der Leiste, der gewinnt das Spiel. Los geht's mit dem Gameflow. Ihr seht im Vergleich zu eben zum Spielaufbau hat sich eine ganze Menge getan. Das sieht man natürlich zuerst einmal an der Mitte, also inmitten der Hexes. Da ist natürlich alles voller neuer Strukturen und Fahrzeuge. Auch seht ihr hier auf dem Energie- und auf dem Material-Track, da haben die beiden durch das Bauen dieser Extraktoren eine Menge an Ressourcen gewinnen können. Die seht ihr auch gleich, wie die verwendet werden. Und auf dem Scrap Yard ist schon einiges passiert, denn es gibt verschiedene Fahrzeuge und Strukturen, die bereits vernichtet worden sind. Ich zeige euch jetzt den Gameflow am Beispiel des blauen Spielers. Wir starten also einmal eine Runde und da beginnen wir mit der Power-Up-Phase. Das bedeutet, wir stellen unseren Energiemarker und unseren Materialmarker auf das derzeitige Maximum. Und jetzt können wir handeln. Jetzt die Frage, was können wir eigentlich tun? Nun, das ist ganz einfach. Ihr dürft diese Ressource ausgeben, um Fahrzeuge bzw. Strukturen zu bauen. So, und da seht ihr es hier auf diesem Sheet, ich halte es einmal kurz in die Kamera rein, wie viel das Ganze jeweils kostet. Also es ist ganz, ganz einfach. Jedes Fahrzeug bzw. jede Struktur hat einmal Kosten, einmal Kampfpunkte, Lebenspunkte und im Falle von Fahrzeugen natürlich Movement-Punkte. Wenn ich also jetzt einen ACV bauen möchte, dann müsste ich einen Energiepunkt ausgeben und dürfte den benachbart auf ein freies Feld an mein Headquarter setzen. Außerdem darf ich so ein Fahrzeug, und das ist eine ganz tolle Sache, auch neben eine Fabrik setzen, also die Factory hier. Das ist das einzige Gebäude im Spiel, was diese Deploy-Aktion, also das Einsetzen, machen kann. Also ich könnte es jetzt zum Beispiel mal hier reinsetzen. Das tue ich jetzt einfach mal, ohne groß zu überlegen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Gebäude. Also das heißt, ich könnte auch Gebäude, wie zum Beispiel hier diese Factory einsetzen. Das würde mich eben auch einen Punkt kosten. Guckt immer hier auf diese Sheets. Und dann darf ich eine Fabrik benachbart zu einem ACV setzen. Ich könnte aber auch, und jetzt drehen wir das mal hoch, diesen ACV erstmal bewegen, indem ich, und das ist ja die zweite Aktion, neben dem Bauen, ich könnte jetzt mal eine Energie ausgeben und dann dürfte ich einen ACV, zum Beispiel diesen, so weit bewegen, wie er Movement-Punkte hat. Zum Beispiel drei. Eins, zwei, drei. Und ich könnte das sogar nochmal machen. Eins, zwei, drei. Und wenn ich jetzt meinen Kristall ausgebe, dann könnte ich die Fabrik schon hier hinsetzen, was natürlich total lustig ist, weil wir könnten jetzt wiederum einen Kristall ausgeben, um mal hier vorne einen ACV zu bauen. Ich würde natürlich auch gerne Palusas oder Panzer bauen, aber die sind alle auf dem Feld. Das Material begrenzt die Einsatzmöglichkeiten. Aber ihr seht es, durch diese Fabriken können wir unsere Frontlinie relativ leicht verlagern. So, ihr habt also jetzt gesehen, dass wir mit unserem Material den Einsatz von Fahrzeugen beziehungsweise das Errichten von Strukturen bezahlen. Und hier über dieses Energiemieter zahlen wir unsere Bewegung. Ein wichtiger Aspekt, ich hoffe, das seht ihr, ist, dass mein Gegner, also der Orangene, der hat hier eine Kampfzone deklariert. Und das ist jetzt ganz wichtig. Das Spiel heißt Knee Deep in Hexes und natürlich sind das ja hier unsere kleinen Hexes, aber wie ich das vorher gesagt habe, haben wir auch hier unsere großen Hexes. Das heißt, unser Gegner hat im vergangenen Zug eine Wardzone deklariert und die befindet sich hier in diesen drei Hexes. Das heißt, ich versuche jetzt vielleicht dort nochmal etwas reinzubringen. So, und da ich ja noch so viel Bewegung habe, könnte ich zum Beispiel sagen, ich fahre hier mit meinem ACV einfach wieder zurück und habe jetzt einen Kampfpunkt mehr in dieser Kampfzone. Das ist natürlich eine super gute Sache. Es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten. Und zwar kann ich Karten spielen. So, ich könnte zum Beispiel jetzt diese Karte spielen. Das ist eine Aktionskarte. Die kostet mich ein Material. Und dafür bekomme ich einmalig zwei von diesen Energiepunkten. Dann wird die Karte abgeworfen. Generell kann ich also diese ganzen Karten spielen, so ich sie bezahlen kann. Und wenn ich eine solche Karte nicht brauche, wie Place a Factory, ich habe keine mehr, dann könnte ich die vernichten und würde dafür ein Energie dazu bekommen. Ist auch eine schöne Möglichkeit. Und die letzte Möglichkeit, ich kann auch Karten kaufen, indem ich die Materialkosten hier bezahle. Eins. So, das mache ich jetzt nochmal, um mich vielleicht auf den Kampf vorzubereiten. Ja, da kommt... Ja, das ist vielleicht eine schöne Sache. Da gucke ich mir die Hand des Gegners an. Das ist eine sehr coole Sache. Dann müsste er sogar eine Karte abwerfen. Also das ist natürlich eine super Karte für die Vorbereitung eines Kampfs. Die würde ich jetzt mit Sicherheit spielen. Aber es ist ja jetzt tatsächlich ein Vorführaspekt. So, das ist auch eine sehr starke Kampfkarte. Hier seht ihr War Card. Das sind die Karten, die wir gleich im Kampf spielen. Ich kaufe jetzt mal eine letzte Karte. Sechs ist Handkartenlimit. Jetzt habe ich mein Handkartenlimit erreicht. Ich glaube, hier zwei, drei Karten sind rausgerutscht. Und wenn ich fertig bin und ich möchte mich nicht mehr bewegen, ich würde das jetzt natürlich vielleicht noch ein bisschen weiter tun. Vielleicht würde ich hier mal ein ACV nochmal vorschieben. Aber ich würde sagen, ich überspringe das Ganze jetzt mal. Sage, ich bin fertig. Dann müssen die Warzone-Marker, muss der Warzone-Marker des Gegners resolved werden, also abgearbeitet werden. Das heißt, ihr seht, dass ich, nachdem er seinen Marker gesetzt hat, eine ganze Spielrunde Zeit habe, um darauf zu reagieren. So, und jetzt geht es wirklich los. Der, der die Warzone deklariert hat, der darf eine Karte spielen. So, die hat er jetzt gespielt. Natürlich hätte ich die tatsächlich erraten können oder erahnen können durch diesen System-Hack. Habe ich aber jetzt tatsächlich gelassen. Ich sehe jetzt, er spielt eine Karte face down. Und jetzt, nachdem er eine Karte gespielt hat, darf ich als Verteidiger auch eine Karte verdeckt spielen. Und beide Karten werden dann gleichzeitig aufgedeckt. So, ich drehe sie aus Anschauungsgründen mal rum. Es wird jetzt geguckt, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Also hier bei der War-Card Warbots kommen einfach zwei Punkte dazu. Und hier muss ich gucken. Ihr seht, ich habe es tatsächlich einmal geschafft, hier dieses Karree zu spielen mit nur Fahrzeugen. Also dem ACV, dem Panzer und dem Palooza. Und jetzt wird gezählt. Da müsst ihr mir ein bisschen helfen. Ich zähle mal aus meiner Sicht. 3, 4, 6, 9. Der Turm hat 2, sind 11. 13, 15, 19. 19 Punkte für Blau. Muss man es auf jeden Fall merken. Und jetzt zählen wir Orange. Der hat 3, 5, 7, 9, 10 und 13 plus 2. Das sind 15. Das heißt, die Differenz sind 4. Ich habe mit Blau 4 Punkte mehr als Orange. Das heißt, ich gewinne den Kampf. Und Orange muss jetzt Strukturen bzw. Fahrzeuge aus der Kampfzone im Wert von 4 entfernen. Wert sind die Kosten. Und jetzt ist es auch total strategisch, was er machen muss. Er könnte jetzt natürlich sagen, er entfernt diesen und diesen Palooza. Den muss er auf den Scrap hier packen. Das ist natürlich eine deutliche Schwächung. Er könnte auf der anderen Seite auch sagen, weil er denkt, dass er nichts mehr bauen kann. Vielleicht kann er ja wirklich nichts mehr bauen. Er macht hier die Fabrik weg. 1, 2, 3, 4. Das geht. Dann habe ich zum Beispiel noch einen Kampfpunkt gleich mehr, weil ich ja meinen großen Palooza nicht geöffnet habe. Aber Achtung! Ihr seht, dass dieser Scrap Track sich jetzt richtig gefüllt hat. Und neben der vorher angesprochenen Niederlagebedingung, dass ich meinen HQ verliere oder der Gegner seins verliert, ist das Spiel auch zu Ende. Wenn der Scrap Track voll ist, dann wird nämlich gezählt, wer hier mehr Punkte dem Gegner rausgeschossen hat. Diese Karten kommen dann auf den Ablagestapel und jetzt wäre dieser Combat Resolve die Warzone und jetzt könnte ich eine weitere Warzone deklarieren. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte, was vielleicht sehr, sehr geschickt wäre, hier einen Kampf deklarieren. Guckt euch das mal an an der Stelle, denn ich sehe, dass hier in diesen drei Hexes der orange Spieler kräftig Probleme haben wird, dort noch Punkte reinzubekommen. Um euch das Kampfgeschehen und das Spiel so ganzheitlich wie möglich vorzustellen, zeige ich euch direkt die anschließende Runde. Dafür habe ich die Kamera einmal rumgedreht. Das heißt, wir gucken jetzt von unten nach oben. Ihr seht es, der blaue Spieler, also ich eben, habe ja hier diese ganz gefährliche Warzone deklariert, in dem der orange Spieler nur einen Turret drin hat und dann wird es richtig knapp für ihn. Was macht er jetzt? Also zuallererst kommt ja immer die Power-Up-Phase, in der hier die beiden Regler hochgeschoben werden. Ihr seht, ich habe das Ganze auch gewechselt. Die Tanks hier bei ihm können etwas bauen, aber leider zu diesem Zeitpunkt bringt ihm das nichts mehr. Er hat ein paar interessante Karten, auf jeden Fall auf dem Spielfeld. Und jetzt gucken wir mal, ob der orangene Spieler es schafft, die Niederlage abzuwenden. So, und tatsächlich, guck mal hier, was er auf der Hand hat. Er hat eine Aktionskarte. Take one of your vehicles from the battlefield and place it on an empty field anywhere on the battlefield. Das heißt, wenn er jetzt ein Material ausgibt, dann darf er ein Fahrzeug nehmen, vielleicht hier diesen Palooza und den platziert er mitten in die Kampfzone. Dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Jetzt haben wir zwei plus fünf hier stehen. Aber er muss natürlich noch einiges schaffen. Aber er hat noch was. Guck mal hier. Destroy an enemy structure or vehicle. Reduce the cost of this card by one. Dann würde er nur noch drei zahlen. If you have at least one Palooza on the battlefield. So, und das hat er natürlich. Er hat ja hier ein Palooza. Ich als Opponent, also der blaue Spieler, dürfte jetzt dann meinen Warmarker entfernen. Also, er zahlt eins, zwei, drei, weil er einen Palooza auf dem Battlefield hat. Und er darf ein gegnerisches Fahrzeug, also hier, den darf er entfernen. Und guck mal da. Tja, ob das so eine gute Entscheidung war. Ja, er ist zerstört, steht jetzt hier auf dem Track. Aber er ist immer noch wirklich angeschlagen, der Orangenspieler. Er muss jetzt was tun. Ja, was kann er dann an der Stelle tun? Er kann ja vielleicht mal gucken, ob er diesen Palooza, der sich immer nur ein Feld bewegt, noch in die Kampfzone reinkriegt. Und schau, er bewegt sich zwar immer nur ein Punkt, aber er hat es tatsächlich geschafft. Es ist aber immer noch nicht fertig. Er würde jetzt vielleicht noch mal hier den kleinen Wagen reinbringen. Und, ähm, tja, wie sieht's aus? Was kann er noch tun? Der hier ist eingebaut. Ich darf nicht über die blauen Fahrzeuge drüber fahren. Jetzt wird's wirklich schwierig. Aber er kann ja auch noch mal vielleicht sagen, er kauft sich mal eine Karte. So, und die sind jetzt noch auf der anderen Seite des Tisches. So, was ist das? Replace one of your ACVs with a tank. Oh, das ist natürlich eine coole Sache. Tatsächlich. So, er spielt diese Karte und bringt den ACV raus und replaced ihn. Er setzt ihn mit einem Tank. Hier steht ja, the ACV goes back to your supply. Und jetzt könnte er den wieder einsetzen. Also, ihr seht, ganz schön strategisch. Und jetzt versucht er den auch noch reinzufahren. Also, mit 1, 2, 3 ist gelungen an der Stelle. Bam! So, jetzt würde ich sagen, wir gucken uns dann am Ende den Kampf mal an. Der blaue Spieler, der gesagt hat, ich lasse den Kampfmarker liegen, der würde jetzt zuerst eine Karte spielen. Und da gucken wir mal, was am besten zu spielen ist. Er hat ja ein bisschen was verloren. Also, er spielt diese Karte. Und ich würde, oder, naja, ich würde jetzt mit Orange, ich habe ja die Seiten gewechselt, diese Karte spielen. Also, gucken wir mal, was passiert ist. Da haben wir. Die hier ist adjacent, benachbart und die kann ich reinpacken. Wow, wow, wow. Das ist heftig. Dafür hat der blaue Spieler, for each of your own turret, in the war zone, you get two points. So. Tja, hätte er mal ein paar mehr von den Turrets reingebracht. Er hat ja auch die Fähigkeit gehabt, dass er Turrets bewegen kann. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, aber jetzt wird gezählt, Leute. Also, wir zählen mal zusammen und jetzt aus Sicht des Orangenen zuerst. Zwei, vier, sieben, zehn, dreizehn, vierzehn Punkte für Orange und eins, zwei, vier, sechs und neun und elf. Und da haben wir es. Vierzehn minus elf sind drei. Das heißt, der blaue Spieler würde jetzt einen seiner Palusas entfernen. Und damit endet das Spiel in dieser Situation und wir kämen direkt zur Auswertung. Da zählen wir doch einfach mal zusammen. Es gibt für den Spieler Orange zwei, drei, sechs, neun Punkte. Und, also das sind die Punkte, die er hier auf dem Scrap Track gebracht hat. Und der Spieler Blau hat eins, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Und da hätten wir jetzt tatsächlich ein Draw. Im Falle eines Draws, und das ist mir tatsächlich noch nie passiert, gewinnt der Spieler, der hier weniger Structures. Und wer Heckels drauf hat, das ist der blaue Spieler. Also tatsächlich hätte jetzt der blaue Spieler wirklich haarscharf das Spiel gewonnen. Wir sind an der Stelle durch mit Knee Deep in Hexas. Hier habe ich die Box, die ich auf der Messe bekommen habe. Und auch beim Fazit bitte noch mal berücksichtigen. Das sind Prototypen Materialien. Das heißt, alles Work in Progress. Es kann sich noch einiges ändern. Die Box tue ich an der Stelle mal weg. Dann kann ich mich ein bisschen besser konzentrieren. Und es ist ein Preview gewesen. Das heißt, ich teile euch jetzt die ersten Rückmeldungen aus meiner Gruppe mit. Erzähle euch, warum es mir wie gut gefallen hat. Zum Thema möchte ich an der Stelle nicht allzu viel sagen. Das Thema passt auf jeden Fall. Ich persönlich erkenne da so ein Command & Conquer Setting auf jeden Fall wieder. Dieser Palooza-Panzer erinnert natürlich irgendwo an den Mammutpanzer. Generell das Abbauen von Ressourcen mit diesen ACVs, den mobilen Baufahrzeugen. Es erinnert doch sehr stark an Command & Conquer. Ist aber keine Kampagne. Es ist wirklich ein Skirmish-Spiel, was ich raushole, direkt spiele und wieder einpacken kann. Allerdings muss ich sagen, es ist dadurch, dass es kein Kampagnen-Spiel ist, dass es wirklich so ein Out-of-the-Box im wahrsten Sinne des Wortes Spiel ist, eigentlich ziemlich turniergeeignet. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das in dem einen oder anderen Brettspielladen gespielt werden könnte oder eben auf diversen Turnieren. Ja, ich bin ein bisschen abgekommen vom Thema Command & Conquer. Daran erinnert es mich. Und das Thema trägt auf jeden Fall. Also es gefällt mir gut. Es könnte aber tatsächlich auch ein anderes Thema sein. Man könnte auch irgendwelche wilden Tiere, Marsmenschen oder so weiter nehmen. Das wäre durchaus möglich. Das Thema ist für mich aber an der Stelle auch nicht Kern der Sache. Sondern es ist auf jeden Fall die Spielmechanik. Und auf den ersten Blick und auch in den ersten Spielrunden, wenn ihr das spielen werdet, ist das Ganze hochtaktisch. Also taktisch oder besser strategisch. Nein, es ist ein Taktik-Spiel auf jeden Fall. Und es erinnert in seinen Grundlagen durchaus an Schach. Ihr habt zwar nur drei verschiedene Einheiten, die auch nicht irgendwelche Sonderbewegungen haben, sondern sie haben unterschiedliche Movement-Werte und unterschiedliche Kampfwerte. Aber da wird es dann auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr interessant. Denn diese Simplizität, wir kommen gleich nochmal zur Komplexität, die hört eben auch bei diesen drei verschiedenen Einheiten und drei verschiedenen Gebäuden auf. Denn es ist unglaublich wichtig, welche Movement, also Bewegungswege ich nehme. Denn der Gegner wird natürlich auch versuchen, die kürzesten Wege zu den Energieknoten zu nehmen oder zu eurer Basis. Und der Kampf um die Energieknoten, der beginnt direkt nach Beginn des Spiels. Denn ich will diese Extraktoren so nah wie möglich oder so schnell wie möglich platzieren und ich möchte sie da platzieren, wo ich möglichst viele Ressourcen abbauen kann. Denn dann treibe ich ja mein Energie- bzw. Materiallevel hoch, was ich brauche, um Türme und verschiedene Fahrzeuge zu bauen. Und dann muss ich eben ganz genau überlegen, welche Wege ich nehme. Und hier ist einfach dieses Hex-System, was ja auch namengeben für Knee-Deep in Hexes ist, ganz, ganz gut gewählt. Also extrem gut gewählt, weil die Hexes erlauben ja, sich in sechs verschiedene Felder zu bewegen. Also jedes Hex muss eigentlich, also da muss ich immer denken, in sechs verschiedene Richtungen kann ich weitergehen. Also absolut gut geeignet dafür. Und jetzt kommt ja der große Knall und das sind eben diese Warzones. Und die Warzones, die platziere ich in den großen, dicken, fetten Hexes. Und die wollen wirklich, also das ist dann wirklich das strategische Element des Spiels, die wollen sehr strategisch platziert werden. Denn ich platziere ein und weiß dann, am Ende der Spielrunde meines Gegners gibt es dort eine Schlacht. Das heißt, ich muss genug Fahrzeuge bzw. Türme da reingekriegt haben, und über die Karten sprechen wir gleich, um eben den Kampf gewinnen zu können. Denn die Kämpfe möchte ich gewinnen, um eben möglichst viele gegnerische Miniaturen auf den Scrap-Track zu bekommen. Der ist ja wichtig, denn wenn der Scrap-Track voll ist, dann gewinnt der Spieler, der dort weniger Punkte draufstehen hat, also der mehr Punkte vom Gegner draufgestellt hat. Oder ich versuche sogar so weit vorzurücken, um das Headquarter kaputt zu schießen von meinem Gegner. Und das Geniale, also die geniale Idee ist, hat einfach, dass es noch eine Spielrunde gibt, in der der Gegner richtig darauf reagieren kann. Und dann selber versuchen kann, Einheiten oder Gebäude da reinzukriegen. Oder vielleicht sogar etwas rauszukriegen. Und das ist ein wirklich sehr strategisches Element, was wirklich sehr, sehr viel Gehirnschmalz erfordert. Und bis dahin ist es auch ein sehr deterministisches Spiel. Also es ist ein Spiel, bei dem wirklich der Bessere gewinnt. Und da, ihr kennt mich ja ein bisschen, bin ich sehr, sehr froh, dass dann die Karten ins Spiel kommen. Ich hole mal gerade nochmal hier so einen Stapel raus. Dass hier diese Karten ins Spiel kommen. Ich finde es schon super cool, wie man am Anfang zu diesem Kartenstapel kommt. Ihr habt es ja gesehen, wir wählen zwei Companions raus. Und diese Companions bringen ihren eigenen kleinen Kartenstapel mit. Und dann hat man eben gleich zu Beginn asymmetrische Kartendecks. Asymmetrie gefällt mir sehr, sehr gut. Und diese Karten kann ich ja auch während des Spiels für Material kaufen. Und ich kann die Aktionskarten auch während meines Zuges spielen. Aber vor allem spiele ich eben in der Regel während einer Kampf, während einer Schlacht immer auch eine War-Karte. Und dadurch ist eben der Determinismus begrenzt. Und ich finde das so gut. Damit habe ich einfach noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Unwirkbarkeit drin. Ich kann meinen Gegner so ein bisschen im Dunkeln tapsen lassen. Und ich weiß eben aber auf der anderen Seite auch nicht genau, was er auf der Hand hat. Also in der Summe, und jetzt komme ich ein bisschen von der Spielmechanik weg, nämlich zur Komplexität, ist das Spiel ein sehr, sehr leichtes, was auch eine Prototypenanleitung widerspiegelt. Die ist auch super leicht zu lesen. Also Regel, da brauchen wir jetzt an der Stelle noch nicht so drüber reden. Das ist ja keine finale Regel. Aber die Komplexität, die steht ja jetzt schon fest. Und wir haben drei Fahrzeuge, wir haben drei Gebäude. Das ist super einfach. Die Bewegung, die versteht jedes Kind. Und tatsächlich habe ich es schon mit meinem Ältesten, mit meinem Neunjährigen gespielt. Der kann sich da bewegen. Und der kann auch diesen Schlachtfeldmarker setzen. Und der weiß, wann es Sinn macht, einen Schlachtfeldmarker zu setzen. Nämlich nicht, wenn ich weniger Miniaturen in einem Feld habe. Das ist halt so einfach zu erklären. Und die Komplexität, und das macht ja am Ende ein gutes Spiel aus, die kommt dann durch die Spielereignisse, also durch das Agieren der Spieler. Wenn ich es nämlich schaffe, gewisse Wege zuzustellen. Wenn ich es schaffe, viele Karten auf der Hand zu haben, um meinen Gegner vielleicht zu überraschen. Und dann eben versuche, die Synergien der einzelnen Karten in Kombination mit der Figuren, beziehungsweise der Fahrzeuge und der Gebäude zu haben. Und das ist dann wirklich ganz, ganz großes Kino. Also das macht richtig viel Spaß. Simpler, einfacher Einstieg, einfache Regeln und Komplexität durch das Spielerlebnis. Das macht richtig viel Spaß. Das Glückselement ist dadurch auch ein sehr, sehr geringes. Es wird ja überhaupt nicht gewürfelt. Ihr könnt wirklich antizipieren, was passiert. Ihr könnt planen, wann haltet ihr euch besser aus Kämpfen fern. Und ich habe es ja eben schon mal gesagt, wir können auch unsere Fahrzeuge abziehen. Auch ganz, ganz toll teilweise Türme können wir sogar abziehen. Ich habe vorher gesagt, die sind in der Regel stationär. In dem Fall sind sie ja nicht so wirklich stationär, wenn wir die richtige Karte haben. Interaktion in einem Zweispieler-Skirmischer-Spiel ist natürlich sehr, sehr hoch. Ihr seid auch regelmäßig dran. Also im Prinzip keine Downtime. Das Spiel ist angenehm schnell zu spielen. Also länger als eine Stunde dauert das Spiel wirklich nie. Habe ich nie gespielt. Ich hatte ja eben gesagt, zwei Siegbedingungen. Ich vernichte das HQ des Gegners oder aber ich kriege auf den Scrap-Track wesentlich mehr Punkte seiner Miniaturen, als ich sie selbst da habe. Gut, letzter Punkt, über den ich jetzt auch im Rahmen eines Reviews oder Previews kurz spreche, ist der Wiederspielwert. Ich habe das Spiel tatsächlich über 20 Mal jetzt gespielt. Ich bin da auch sehr regelfest. Wir hatten eben über die einfachen Regeln geredet. Und ich spiele es immer wieder gerne. Obwohl jedes Spiel ja eigentlich gleich anfängt. Man macht in der Regel immer erst mal dasselbe. Aber man agiert oder man reagiert auf seinen Gegner. Und man hat ja immer wieder auch unterschiedliche Kartendecks. Und dann kommt natürlich auch nochmal dieser Aspekt des Turnierspiels ins Spiel. Und in dieses Spiel versucht man ja sehr kompetitiv zu spielen. Sehr konfrontativ zu spielen. Man versucht sich zu messen. Und man versucht auch, wenn man zum Beispiel dann verloren hat, zu überlegen, ja okay, was hat der andere gemacht? Wie kann ich da in der nächsten Runde drauf reagieren? Wie das vielleicht bei vielen LCGs oder TCGs ist. Der Vergleich hinkt jetzt natürlich. Aber die sind ja auch meistens Head-to-Head-Spiele. Und da versuche ich dann auch meine Strategie anzupassen. Ja, das auf jeden Fall soweit zu meinen üblichen Beurteilungskriterien. Stellt mir auf jeden Fall in den Kommentaren jetzt alle möglichen Fragen dazu. Schreibt auf jeden Fall nochmal rein. Ich habe den Prototyp ja noch, was ihr noch dazu sehen wollt. Ich kann auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen für dieses Spiel. Wenn es denn dann irgendwann live in einer Crowdfunding-Plattform oder auf einer Crowdfunding-Plattform erscheinen wird. Ich kann es auf jeden Fall hochkompetitiven, fast schon konfrontativen Spielern empfehlen, die Bock auf so turnierartige Spielsysteme haben. Das Thema ist für mich diesmal nicht so dramatisch wichtig. Aber ich finde halt wirklich total gut, wie sich das Spiel, wie schnell es sich entwickelt, wie logisch es sich entwickelt. Und ich sagte eben, in der Regel gewinnt der Bessere. Trotz der Karten, die ein bisschen Unwägbarkeit reinbringen, ist das immer noch so. Also es ist ein Spiel mit ganz, ganz wenig Glück. Ihr dürft nicht darauf hoffen, dass ihr auf einmal eine Karte zieht und das ist dann Lucky Punch. Es gibt Karten, die zum Beispiel mal die gegnerische Karte negieren. Aber in der Regel gehe ich ja nicht in so einen Kampf rein, unterlegen und hoffe dann irgendwie mit einer guten Karte zu gewinnen. Also das ist ein Spiel wirklich für sehr kompetitiv, konfrontative Spieler, die dieses turnierartige Spiel mögen, die schnell spielen wollen, die schnell aufbauen wollen. Es ist kein Kampagnen-Spiel, das hatte ich auch schon gesagt. Trotzdem hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt auf eure Kommentare gespannt. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich über den Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal und läutet das Glöckchen. Und natürlich bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Marcel, euer Hart der Spieler.